Natursekt für zwei – Prickelnder Genuss auf der Zunge Nachdem die letzten Partygäste gegangen sind, lässt Linda sich erschöpft zu ihrer Freundin auf die Gartenbank fallen. Obwohl sie dringend pinkeln muss, verspürt sie wenig Elan, sich ins Haus zu begeben. Das drängende Gefühl und der zuletzt gelesene nasserotische Roman inspirieren sie zu einem kühnen, wie erregenden Gedanken. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de